Frederik Meisner hier am Stand der Tracht & Country mit dem Modell? Ich sage schlicht und ergreifend Modell Feldhase. Das ist ein ganz toller Hase. Den gibt es hier bei uns am Stand von Frederik Meisner auf der Tracht & Country Messe und demnächst auch bei Ludwig Beck im vierten Stock im Monaco Café kann man diese Teile kaufen und natürlich viele Kunden haben dieses Modell schon geordert. Aber wir haben viele andere Neuigkeiten. Da hinten ist der Andi, der hat was ganz Traditionelles. Bleib mal hier, bleib hier. Das ist mal was schön Traditionelles, wie man sieht. Der Andi gibt eine gute Figur damit ab, Lederhosen dazu, sauberne Wadeln braucht man ordentliche Strümpf und dann sieht es schon mal ordentlich aus. Damit kann man auf die Wiesen gehen, aber nicht nur auf die Wiesen. Was haben wir noch? Wir haben auch Lederhosen im Programm. Das ist ein neuseeländischer Hirsch, den es hier zu ordern gibt. Hier mit einem blauen Stück, ein Rehbock oder hier auch mit dem FM. Das ist mein Unikat. Gibt es aber auch zu ordern. Natürlich haben wir auch die Damen nicht vernachlässigt. Die Nachfrage war groß. Das sind die Damen. Hier mit wunderschönen, edlen Stoffen, Alcantara und Kaschmir im Braun oder Blau. Dieses Modell ist ganz witzig. Das wurde sehr häufig nach Südtirol, Italien geordert. Und wir haben gerade ein Bild bekommen. Prinz Albert von Monaco veranstaltet seit Neuestem das Oktoberfest in Monte Carlo. Und was trug er? Diesen Janker aus der Frederik-Meißner-Tracht. Das macht uns natürlich stolz. Ja, kann man so sagen. Hier haben wir auch in Melangeton, schönes Blau mit einer grauen Weste darunter, passend auch wieder eine Lederhose mit blauem Stick. Und was besonders begehrt ist in letzter Zeit, wir waren auf der Hochzeitsmesse in München. Und das war der Renner, ein Janker, hier samt mit blauem Alcantara, passend die Samtweste dazu. Und das ist ebenfalls ein Teil, was sehr gerne genommen wird mittlerweile. Man heiratet ja in Tracht seit Neuestem, nicht nur in Bayern. Wir haben auch Hemden im Programm, schönes Hellblau und natürlich auch Forthemd in Weiß. All das gibt es bei Frederik-Meißner, auch hier hinten im Duet mit Braun abgesetzt. Alcantara auch wiederum mit Kaschmir-Anteil. Also, so kann man als Paar wunderbar irgendwo flanieren und einen Kaffee genießen, wo auch immer. Ja, und das ist hier das Aktuelle, was es zu ordern gibt. Wir haben es auch mal versucht. Das ist kein Versuch, das wurde auch schon häufig geordert. Tweet Karo. Ja. Es darf ruhig etwas traditioneller wieder werden. Wie man sieht auch hier, eine ordentliche Joppen. Damit schaut man einfach zünftig aus, passende Lederhosen dazu. Oder man kann es auch lässig alltäglich tragen, mit einer Jeans, warum nicht? Dinge tun. Das ist ein Glück zu haben. Das ist's Herz. Also ist es, wie man so sagt, dass auch noch nicht? Vielen Dank.